So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder, na? Mit uns Kassandra. Neuer Inhalt verfügbar. Automatisch zu aktivieren. Okay. Sehr gut. So, was machen wir eigentlich hier? Okay. Dann gehen wir gleich da rüber und dann vielleicht da rüber. Ich weiß noch nicht. Warte mal. Gehört das zusammen? Das gehört zusammen, ne? Dann machen wir das alles schön nacheinander. Warte, warte mal. Das wird auch geschickter, wenn wir hier entlang gehen und dann wieder nach oben und dann nach rüber und dann zack, 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 zack. Genau, so machen wir das. So. Gell, Kassandra-Kien? Da unten ist es. Hui. Patz. So. Kurz auf die Uhr schauen. Und ja. Es ist viertel vier. Ja. Morgens, wo ich gerade die Aufnahme starte. Naja. Schauen wir mal. So. So weit, so gut. Läuft alles gut. Naja. Hui. Ja. So. Da war was. Das müssen wir mitnehmen. Stöckchen. Die guten alten Stöckchen-Sammlerinnen. Kassandra-mäßig drauf. So. Da ist auch ein Stöckchen. Schön einstecken. Brauchen wir alles. So. Ich dachte, ein Bär oder so. Hui. Da rutscht sie runter, ne? So. Was haben wir da vorne eigentlich? Naja. Wird es sagen. Ich schau uns das Mann. Das Lager. So viel ist nicht los, ne? So. Machen wir einen Nachtangriff. Mh, 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 mh. So. Gehen ein paar schon schlafen. Ja, sehr gut. Ne, ne. So. Vorgeladen. Bats. Danksame. Ui. Hoppala. Meisterpropper. Abwärmend. Ein bisschen Feuer an. Oje. Warte mal. Da brennt es ein bisschen. Ne, ne. Hui. Bats. So. Was hab's denn hier schönes da? Aha. Ein Hammer. Der Hammerdime. Kling, kling. Ging, bim. Na. Du hast ein schönes Beißenklumpen. Okay. Beißenkörner. Na. Kann man nicht so gut gebrauchen, ne? Hm. Ort abgeschlossen, ne? Sehr gut. Hui. Dann müssen wir nach oben. Ne, Schnellreise wollte ich machen. Hallo. So. Wir müssen das Lager ist verlassen. Ach ja. Und einen Fähigkeitspunkt haben wir auch noch zum Verteilen. Das müssen wir uns auch noch anschauen. Ich möchte ihn ja auch. Ach so. Äh. Schnellreisen. Schnelle Reise. So. Pam, 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 pam. So, und hier. So. So. So, gut. Da, da, da. Ey, ist unfair. Na, das wird ein Battle, ne? Bats. So. So. Umschalten. Oh, verdammt. Ne, ne. Was haben wir denn sonst? Warte mal. So. Wow, wow, warte mal. Müssen wir nur umswitchen. Oje. Ui. Verdammt. So. Kassandra heilt dich. So. Anheuern. Oh. Was legendäres haben wir da bekommen. Sehr gut, dass wir da gekillt haben. Schauen wir gleich. Patz, patz, patz. Kann man nämlich das alte Schwert da wegpacken? 27er. Geil. Geil. Einfach nur geil. Eierlei. So. So. Gibt's sonst nichts mehr. Okay. Ein Helm. Haben wir da was? Ne. Fähigkeiten. Ja, ja. Schiffe. Ah, ah. Dann haben wir neu. Okay. Sehr gut. Seltener. Mh. Ne. 25er. Okay. Neue Grafur haben wir freigeschalten. Auch nicht schlecht. Warte mal. Wo ist denn unser Ziel jetzt gewesen? Hier. Sehr gut. Na, das hat's ja ausgezahlt, dass wir die gekillt haben, ne? Ah. Die Seite. Ja. So geht's auch, ne? Da 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 da. Wiii. Wats. Nogmal. Na. Arok. So. Was haben wir da vorne? Schönes. Eine Burg? Nein. Dorf? Nein. Lager? Ich weiß nicht. Schaut eher nach Lager aus. Kommt mir vor. Lassen wir uns mal überraschen, ne? Ja, ja. Oh, das ist doch was größeres. So. Jetzt geht's los. Plopp, plopp, plopp. Ja, ja. Oh, das ist doch was größeres. Äh. Ist da was besonderes dabei? Blau. Nichts besonderes. Nichts besonderes. Nichts besonderes. Äh. Bär. Bats. Schauen wir mal. Grüß euch. Hm, Stöckchen. Vater. Ach, nö. Oh je. Was hat denn der? Der scheint interessant aus. Ah. Pats, pats, pats. Okay. Da ist noch irgendwas gewesen. Schatzkiste. Okay. Ja, Icarus, mach mal. Ja, Icarus, mach mal. Du, 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 du. Der Lausch an der Wand hält seine eigene Schand. So. Abbrück. Hoppatt, la. Hoppatt, la. So. Ich geb' ja mal das Schild. Ui. Und tschüss. Bin ich auch. So. Schnell rein, so. 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 Schnell rein, so. 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 Wir können doch bald blündern, ne? So blöd sind wir ja nicht. Hihihi. So. Ja, ja. Gehört alles mir. Cash in the dash. Haben wir schnapp geschlossen, ne? So. Zack. Oh je, nein. Auf wieder. Kassandra. Reiß die zusammen da. Warte mal. Müssen wir das Schwert wechseln. Vielleicht ist das jetzt besser schon. So. Ne, 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 ne. Keine Zeit zum Sterben, Junge. So. Kommt her. Kommt her. Hey, das ist ungefähr. Schmutzkarte. So. Komm her da. Ich bin jetzt da. So. So. Matsch. Wiekos. Wir wirklich... Wo ich da nahm schlapp. 훈ig etwas wechselt. Weiter! Stierbeuter! So, ich leg dich dazu. So, schicke Drähter von Peter. Haben wir da noch was Blinderparty-mäßiges. So. Passt, passt. Das passt. Mit einem Markatzell drin. Das wollen wir nachher raus. So. Okay. Da drüben liegt noch was. Kadaver. Den Haverer. So. Kling, kling, kling. Da ist noch kein Gefühl zum holen, ne? So, komm herauf da. Hoppala! Auf wieder. Schau, was da oben gibt's. So, scheines Haarock! Hey, Kassandra, hast du einen Schuh verloren oder so? Kann das sein? Gibt's noch Cash in the Dash. So. Da ist nix mehr zum holen. So, Kassandra, was sagst du dazu? So. Haben wir das gerut? Alles. Alles, alles, alles. Alles gekleert. Alles gekleert. Alles gekleert. Klärchenbärchen, ne? Naja, ich würd sagen, wir fangen von da hinten an, oder? Und dann... Summ... Oder? Haben wir was vergessen? Nein. Oh Gott! Da hinten haben wir noch was vergessen. Oh je. Heavy... Muss mir noch holen. Machen wir das jetzt noch? Ach, das machen wir noch, ne? Müssen wir sowieso hin, ne? Ok. Aber zuerst müssen wir mal da raus aus dem Lager, ne? So. Hui. So. Laufen wir, Kassandra. So. Dann müssen wir da her. Schnellreise. Da ist ja noch einiges zu machen. Habe ich gerade gesehen, da unten. Für Sparta, ne? Da, 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 da. Na ja. So. Ich glaube, das gehen wir in der nächsten Folge an, oder? Sagt's ja. Ja, okay. Dann, ciao, ciao. Kakao. Baba.